ja ja ich bin doch da ellen hat nur grad geredet deswegen ist meine geheime superkraft ich muss das ist schön alter jeder der dann balanza kennt so viel verraten cookie das ist so schwer ja manchmal will man auch einfach nur die schönen sachen nehmen ja doch das wunder der geburt meine ein heißes durcheinander ist eine geheime superkraft in den sonderschönen fabelhaft sein ist meine geheime superkraft und freunde die alles ich kann mich zwischen zwei nicht entscheiden der sonnenuntergang der gefällt mir beim sex mag ich es über dings nachzudenken dieses spiel ist so herrlich böse ja geht's noch geht's noch das hat sich gerade ungesund angehört boah das ist jetzt schwer was nehm ich alter hier werden jetzt die nazis nicht wasted baby beim sex mag ich es über tete theatralische torten nachzudenken was ja wegen der alliteration schon ziemlich geil beim sex mag ich es über frippel zum mitnehmen nachzudenken beim sex mag ich es über christ krumme nase nachzudenken beim sex mag ich es über den papst nachzudenken beim sex mag ich es über friendly fire das friendly fire ist in dem fall ist friendly fire so was am schluss kommt ist dann friendly fire ich wusste dass es von dir kommt also unglaublich gut eine kurze ankündigung kuki und phoenix sind ab sofort auf der webseite der pixel tourists mit highlights zu finden mit der direkten verlinkung hat rick gerade mitgeteilt also schaut mal vorbei pixel-tourist.de und weiter geht's und dann ich so und dann er so und dann sie so werd kreativ ich will hier mal lachen so bestes story ever gerade gemacht ja ach du heilige und dann ich so und dann er so völlig und dann sie so scheiße hat da einer glück gehabt alter aber echt alter und dann ich so weltfrieden und dann er so und dann sie so nimm mal laser entfernen bitte was bitte was okay und dann ich so hier könnte ich ihre werbung stehen und dann er so bitte was und dann sie so war frauen und dann ich so fliegende bücherregale und er dann so und dann sie so und dann hätt ich so mit der maschinen und man müsste den einen in ein gneet den schmeißt und dann ich so und dann er so wissenschaft und ich dann so während der autofahrt Das lag bei mir auch so, das lag bei mir auch genau in der Reihenfolge und ich dachte mir, okay, das ist Schicksal. Füllen Sie Formular aus, um kostenlos zu erhalten. Sorry, ich war kurz abgelenkt. Ja, das geht. Ja, ein bisschen aufräumen hier. Füllen Sie Formular natürliche Selektion aus, um kostenlos das Anstarren eines Glücksbärchis zu erhalten. Füllen Sie Formular Teenagerschwangerschaft aus, um kostenlos behaarte Brüste zu erhalten. Könnt ihr mal ganz kurz alle still sein? Danke, ich musste was trinken. Füllen Sie Formular Gefühle aus, um kostenlos Zärtlichkeiten austauschen zu erhalten. Füllen Sie Formular American Gladiators aus, um kostenlos Schwarze zu erhalten. Füllen Sie Formular Scientology aus, um kostenlos Charisma zu erhalten. Karimasona. Karima, ja. Ja, ich fand, ich, Entschuldigung, aber das mit den Gefühlen, das hat mich jetzt gleich weggehauen. Ja, das ist leider geil. Sehr, sehr geil. Richtig geil. Okay, ähm, ich werd mich jetzt aber fürs erste Mal verabschieden. Joachim! Ciao, dass du dabei warst. Du bist gerade der Zar, du musst die Runde noch machen. Ach so, ja. Man nehme Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, Punkt und erhalte Punkt, Punkt, Punkt. Fertig. Insta-Win. Ich bin gespannt. Ich auch. Mit was du beginnst. Oh! 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 Also die Zune, οι, die, die nicht geringen. Oh! Oh! Mit ich spiele und behalte die nicht überschwingen. Oh! Oh! HASLE! Man nehme Fingern und Tentakelporno und erhalte es von den Bisserkriegen. Man nehme Rassismus und die Nürknall und erhalte Gott. Böse, böse. Man nehme Rassismus und die Nürknall und erhalte Gott. Ihr seid so fies, Alter, ihr seid so fies. Wir töten noch den Belex, Alter. Kinder, unterhalte ein. Scheiße, scheiße. Ah, shit. Zwei Stück machen mich gerade echt kaputt. Wirf die Münze. Nee, nee. Diesmal lassen wir es nicht die Münze sein. Dieses Mal belassen wir es bei der höheren Macht. Und die wäre Gott. Okay. Ah, yay. Alles klar, jetzt darfst du. Alter, aber alles ziehe ich gleich auf, ne? Oh, war das schön. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Abend. Ja, hau rein. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, ne? Gute Nacht. Ja, klar. Also, tschüss. Ciao. Ciao. Punkt, Punkt, Punkt. Dafür gibt es eine App. Läuft. So. Ach, wie schön. Fettleibigkeit. Dafür gibt es eine App. Eine thermonukleare Explosion. Dafür gibt es eine App. Eine enttäuschende Geburtstagsparty. Genau, richtig. Das ist ja Trump, wie wir wissen. Eine enttäuschende Geburtstagsparty. Dafür gibt es eine App. Rassismus-Zwergenwerfen. Dafür gibt es eine App. Der ist wasted, Alter. Der ist wasted. Ja, irgendwie schon. Oh, schade. Ich dachte, Alex ist fett, weil... Yes! Alex ist fett, weil... Ah, schön. Wo sind Sarah? Und am achten Tag erschuf Gott. Und es war gut. Oh! Ja, der passt. Der passt so gut. Oh, meiner auch. Bin ich mal gespannt. Jetzt muss man nur warten, was Sarah so für einen Humor hat, ne? Und am achten Tag erschuf Gott... Äh, wie spricht man das aus? Tiano Reeves. Tiano Reeves. Und es war gut. Ja, John, wie kennst du ihn? Am achten Tag erschuf Gott New Age Musik. Und es war gut. Und am achten Tag erschuf Gott eine Würstchenparty. Und es war gut. Und am achten Tag erschuf Gott Nekrofine. Und es war gut. Oh, also sorry, aber... Was hast du denn, Flo? Der Keanu Reeves. Achso, okay. Am achten Tag gehört Keanu Reeves und dann Matrix und so, ne? Oh, Harry Potter und... Oh, mein Gott. Harry Potter... Harry Potter ist der armer Glaub von Winnen. Sehr schön. Harry Potter und ein kleines Pferd. Das klingt so, als könnte es tatsächlich in einer von diesen Teilen sein. Harry Potter und all you can eat shrimp sind 5 Euro. Nee, leider. Sorry, ich glaube, ich weiß, was er nimmt. Easy. Ja, der war echt gut. Ja! Wieso Vorstellung, ey? Expelliamos und alle Sternen. Nach dem Erdbeben brachte Sean Penn den Hayatian an. Ja, manche Karten, die werden tatsächlich besser für manch andere Runden geeignet. Nach dem Erdbeben brachte Sean Penn den Hayatian an. Hormonspritzen. Hoffnung. Uh, du wimmst. Der Mundherr. Sorry, aber der Mundherr. Oh, der ist so easy, ey. Hoffnung ist so schön in dem Fall eigentlich. Du kennst mein inneres Leben. Ja, ich weiß. In meiner Freizeit klebe ich Punkt, Punkt, Punkt auf Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt tobt euch aus. Alle so schweigsam. Ja. Hau rein, Rick. Schön, dass du dabei warst. Schönen Abend noch und schlaf gut. Jo, riggedy, diggedy. Riggedy, diggedy. In meiner Freizeit klebe ich Macht auf hochintelligente Sonderstühle. In meiner Freizeit klebe ich eine Spur von Tränen auf herzwärmende Weißen. In meiner Freizeit klebe ich Obdachlose. Oh, Mann. Das nächste ist auch. In meiner Freizeit klebe ich haarige Hodensäcke auf zwiebelig geröstete Hackbrechen. Ja, und da schaukelt sich aber gerade zwei hoch mit den Hunden. Aua, hallo, ey. Ja, I follow the fetish. Hier, zack, komm, hier, her damit. Ja. Cookie, es passt aber auch. Was hast du denn, Flo? Die Obdachlosen auf die Mauer. Oh, das war auch so geil, Alter. Die waren auch so gut. Und der Oskar für Geht an. Oh Gott, das ist so blöd. Das ist immer so schön, wenn ich an Leute denke, denen genau das gefallen würde, dass ich jetzt gerade lege und so, weil ich genau weiß, die könntest du damit so triggern. Ich weiß, wie es dir geht. Ah, herrlich. Oh Gott. Oh, shit. Krasse finde ich, wenn man das vorlesen muss, dann hat das nochmal eine ganz andere Lösung. Und der Oskar geht, äh, der Oskar für Pferdefleisch geht an Happy Hip-Hop. Und der Oskar für An-den-Rand-Gedrängt-Werden geht an alte Menschen, die davor mal die Hüte riechen. Was? Moment mal kurz. Ich muss dir mal kurz aufstoßen. Und der Oskar für Einem-Kind-Süßigkeiten-Wegnehmen geht an nervige kleine Kackbratzen. Oh, das ist gut, das ist gut, ja. Und der Oskar für Zurückschenken geht an Gandhi. Awesome, awesome. Der gefällt mir extrem gut. Verdammt. Ja, ja. Ja, war echt gut. Der war echt gut verdammt. Aber auch nur, wenn du das über Gandhi weißt, ne? Ja, 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 eben. Ach so. Das ist das nächste Happy Meal-Spielzeug. Phönix, der ist für dich. Warum? Tu mir das nicht an. Hä? Ich kann nicht einloggen. Bin ich jetzt der Zar, oder? Nein, ich bin der Zar. Nein, Sarah ist der Zar. Ich kann nichts können. Hä? Warte mal. Ich kann nichts einloggen. Nein, oder? Sollen wir noch erladen? Doch. Ach doch. Hä? Ach, das habe ich doppelt. Ah. Diese Antwort ist postmodern. Ist das nächste Happy Meal-Spielzeug? Ein heimlicher Arschkratzer? Ist das nächste Happy Meal-Spielzeug? Alte japanische Leute. Ist das nächste Happy Meal-Spielzeug? Schon wieder Japaner, ey. Nee, Katze ist das nächste Happy Meal-Spielzeug. Ich finde den Arschkratzer, finde ich gut. Ganz besonders bei den Klabustern. Ja. Schön. Ladies and Gentlemen. Digitiert zu... Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was heißt denn Digitiert? Äh, Digimon, das war eine Zeichentrickse. Und ja, und das ist wie bei Pokémon, wenn die sich evolutionieren. Ach so. Genau, Bisa Sam entwickelt sich weiter zu Bisa Knoss und danach zu Bisa Floor. Zum Beispiel. Allgemeine Bildungslücke. Was? Hä? Allgemeine Bildungslücke hier für den Ellen. Als Filmliebhaber. Genau. Never seen Digimon und so. Ach so. Die Filme waren echt nicht schlecht. Momos Nase digitiert zu... Cards Against Humanity. Okay. Der Mord im Orient Express digitiert zu... Oh, das letzte ist gut. Sean Connery digitiert zu flabbelige Möpse. Ja, in der Tat. Wenn jemand schon mal Fotos vom jetzigen Sean Connery... Ja, bitte nicht. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Kannst du nicht auswählen. Ich kann die flabbeligen Möpse nicht auswählen. Oder auf Sean Connery tippen. Ich weiß nicht, ob das erste... Und dann Confirm. Ich weiß nicht, oder... Ja, irgendwie spackt das gerade. Habe ich auch gehört. Vielleicht dauert es auch einfach nur ein bisschen wie beim... Wie beim Cookie. Nee, ich hab... Was hast du nur gemacht, Cookie, damit es dann funktioniert hat? Nichts. Ich hab einfach alte japanische Leute eingeklickt... Und dachte, entweder hab ich zu schnell Confirm geklickt... Und mein Gehirn hat das nicht mitgekriegt... Oder aber... Das hat einfach gebackt. Hm. Invalid Card Specified. Sean Connery hat gerade gehackt und hat gesagt... Digga, nein. Digga, nein, Alter. Ich mach dich Telefonbuch. Hm. Die einzige Idee, die ich hätte, wäre zu aktualisieren. Ob das gut ist, weiß ich. Ich weiß es auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Versuch's. Brudi Ali gewinnt sowieso. Also, wenn es resettet, ist es nicht schlimm. Was? Ja, jetzt geht's. Yeah! Schön. Der war gut. Der war gut. Der war schön, ja. Ja. Ach du Scheiße. Bilde ein Haiku. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich schon wieder blöd fragen. Was ist denn ein Haiku? Das ist irgendeine Gedichtform. Aber frag mich nicht welche. Oh Gott. Ist das eine Gedichtform? Ich dachte, das wäre jetzt was japanisches. Ja, ja. So ein japanisches Gedicht. So ein richtig kurzes Gedicht. Genau, das besteht immer aus drei Phrasen. Zum Beispiel... Schwarze lieben KFC. Genau. Der alte war ja. Ein Frosch springt hinein. Oh, das Geräusch des Wassers. Wäre jetzt ein Wikipedia... Oh Gott. Ja, dann macht mir mal einen geilen Haiku. Vielleicht kriegt er mich zum Lachen. Schade, dass ich jetzt nicht dabei wäre. Ich hätte so schöne Karten. Dann bilde ein Haiku. Wappelige Männertitten. Filigrane Pobocken mit dunklen Karten. Diese tiefsinnige Bedeutung dessen. Das ist, glaube ich, demjenigen gar nicht bewusst, der das gelegt hat. Äh, Takeo schreibt, Heiko sind 5-7-5 Silben oder so. Der olle Schleuer. Die haben sich aber hier nicht hin. Also, das wäre... Also, auch wenn wir jetzt gegen deinen Haiku-Geist gehen, Takeo, es tut uns leid. No trends. Seniorenballett. Justin Bieber. Hoffenweise Humpa-Lumpa. Barack Obama. Boah. Hule und Penis. Naja. Ja, das ist geil. Meine Hüften twittern Glorious. Ach du Scheiße. Gehe ich mit das, was mich zum Lachen gebracht hat, oder gehe ich tiefgründig? Ai, ai, ai. Dieb, Alter. Geh mal dran. Weil du den Punkt haben willst? Nein. Ist nicht von mir in dem Fall. Ah. Aber das mit den... Boah. Mit dunklen Gassen. Ja, der ist schön. Ey. Der war richtig gut. Der war richtig gut. Sehr schön. Das war so poetisch halt. Ja. Das war so schön. Alles irgendwie. Oh. Ah, ich muss vorlesen. Sorry. Wenn ich Millionär bin, würde ich eine 50-Fuß-große Statue in Gedenken an Punkt 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 errichten lassen. Oh, schön. Wenn mal alle Menschen so einen Humor hätten, dann wäre das alles... Bei mir passt irgendwie alles nicht, aber naja. Vielleicht mal irgendwas wegmachen, was man sonst nicht gebrauchen kann. Das wäre schön wie im anderen Teil. Geht nicht. Ach so. Wenn ich Millionär bin, würde ich eine 50-Fuß-große Statue in Gedenken an das Herz eines Kindes errichten lassen. Das ist irgendwie süß. Das ist ganz schön traurig irgendwie. Ja. Irgendwie schon. Ich würde eine Statue in Gedenken an den Kuchluckskern der Rechen lassen. Das ist die Vorkommendiments oder was? Oder eine Statue in Gedenken an Badewasche-Babys. Was? Das kann doch nur vom Ellen kommen, den Lollikorn. Eine 50-Fuß-große Statue in Gedenken an unangebrachtes Jodeln. Ja, ich muss mich entscheiden. Das finde ich schwer. Denk an die Schuhe. Ey, ganz ehrlich. Ja! Boah! Ey, das ist so kacke. Das war so lieb, ne? Das war so lieb, dass... Ja, ich weiß. Das war so lieb. Ja, ich weiß. Vielen Dank.